Das ist ein russischer Geheimdienst, das spielt ja auch mit. Unsere Einheit besteht nur aus unseren Gruppen, wie geil. Noch? Ich hoffe, dass es ein volles Match wird, weil dann überwiegt es nicht so, weil jetzt ist es halt wirklich scheiße. Wenn es 8-8 ist. Ich weiß noch, als sich ein Grupp aufgeregt hat bei den Soll Hunters, dass ich einmal gesagt habe, das ist das Beste. Dass er es seiner Tochter auch ausgetrieben hat, das zu sagen. Ja, die Soll Hunters, die sind nicht so ganz dicht. Nee. Fuck. Ja, immer dieses Donnerrauschen da. So, jetzt müssen wir aber ein bisschen Funkdisziplin mal probieren, ja? Ja. Wo stehe ich? Merkle ist von uns APC. Welche B? Immer noch C-Line. Ja, da kann es auch sofort eigentlich laufen. Ja, genau. Aber Merkle ist von uns trotzdem APC. Ja. Klar. Ein APC sollte erstmal ausreichen. Wir haben nämlich nicht mehr. Ich weiß gar nicht, aber wir mussten Bewegung bleiben. Es sind halt Russen, ne? Ja. Oh. Boah, das ist unser Typ, der hier schießt. Das ist ein Zinilaster, aber die nehmen wir nicht. Let's kill them all. So. Und unnötige Kommentare werden wir jetzt unterlassen. Der Beste, naja. Und die ist überhaupt nicht. Motorrad auf der Straße. Was? Motorrad auf der Straße. Motorrad neben der Straße. Motorrad. Ich bin aber lowlife. Oh, der Wagen ist ja. Gott. Die Gegner sammeln sich gerade alle in den Wald vor C3. Der erste, der jetzt drin war, ist top. Absetzen. Ich glaube zum Verteidigen, ja. Ich bin bei DM APC, aber fahr weg, Merkel. Oh Gott, das sind viele. Och Gott, Mann. Ja, ja, gib Gas. Im Wald einige Russen. Ja, bei C3. Ich glaube, du wirst verfolgt, oder, Merkel? Der hat so ein Motorrad kommen auf C3 zu. Ich bin gleich drin. Lass mich einfach schon hier raus. Ich laufe erst. Könnt ihr probieren, C3 zu halten? Versuchs. Ja. Einer geht hoch. Nein. Das sind circa fünf Leute in C2. Die liegen alle auf dem Boden rum. Pass out. Stämt mich. Ich würde nicht schießen, Volksheim. Du triffst von da nichts. Ich habe aber wegen getroffen. Du verrätst deine Position. Wagen einfach nur schießen. Das ist viel besser. Ja. Na, ist verloren. Du darfst nur schießen, wenn du sicher bist, dass du den D-Kampf will. Ja. Ja gut, den haben wir ein paar Mal gebrochen. Ich habe ihn einmal gebrochen und wir haben uns getötet. Oder Mauer. Scheiße, ich brauche. Ich bin jetzt C2. Ich weiß nicht, wie es C3 aussieht. C3 wird gerade eingenommen. Das ist C2. Okay, dann komme ich. Ach, du willst mich. Merkel bekommt gerade einen Schuss ab. Ja, ich spawne bei dir und reparier dich. Half-Track. Jo, du rausz, zähl mich. Da sind Feinde bei uns in 0-2, ne? Echt? Ja. Warum? Wir müssen nicht rein. Da wurde gerade einer markiert. Auf Dach, auf Dach, auf Dach. Rein, Dach. Gut. Danke. Jetzt kümmern wir uns erst mal um dich. Ich kann auch da gladieren. Nee, du gehst. Äh, C3 kriegen wir, ne? Ja. Warte, Motorrad, so C3 auf der Straße. Und schieb hinterher. Hier geht alle C3. So. Ich kann nur gerade gladieren. So. Warte, was weiß man. Kampfgruppe Ost. Ja, wir haben hier mehrere Clans drin. KGB ist alleine, aber das sind auch 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Habe an. Hm, die 7 Leute reichen aus, halt. Ja, genau. C3 ist gerade clear. Ja, ich glaube, O sollte jetzt auch... Nein, was kriege ich denn? Scheiße. Ah, hier steht ein APC drin. Hast du was gegen den? Ja, A3 ist dran. Ausgleich. APC ist da, haben zwei Leute aber noch auf dem Kohlehügel bei R2. Zwei. Wie ihr stirbt bei mir in APC, ich bring euch zu C2. Ich spawne bei dir rein. Irgendwie so ein Vollspack hat noch einen zweiten APC gespawnt. Das ist schon mal Depp des Jahres. Habt ihr auch gerade Mikro-Aufler oder Legs? Nee, ich bin gerade im Spawndel-Sharm. Kann ich nicht sein. Ja, das ist die Kampfgruppe aus der, die ihren eigenen APC rausgeholt. Absetzen. Da liegt auch einer Minen vor C2, also aufpassen, die Straße wurde vermint. C2 ist auch ein Gegner. C2 ist voller Gegner, erstmal zurückhalten. Am besten von Distanz irgendwie bekämpfen. Muss hingehen halt. Ja, ich auch. Aber Merkel wird wieder verfolgt von dem Guts, Achtung. Aber wir haben dann doch einen SPW, oder? Sniper? Ja. Ah. Du kannst gerne Sniper gehen. Ich helfe dir gleich, Merkel. Musst ihn dann irgendwie abbremsen, dann kann ich ihn rausschießen. Ja, war klar, dass er sich jetzt verpisst. Entschuldig, entschuldig. Oh Gott, fahr mal 10-2, wir sind voll. Hopp, hopp. Am besten hier so hinter den Steinen gehen auch. Raus, 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 ich führ' raus, ich führ' raus. Wow. Ja, das war ein weiterer Schuss. Ah, gut, also. Ja, ich bin ja hier dein Schütze. Ja, ich bin ja hier dein Schütze. Au. Ah, vorerst natürlich. Achso, das war oben, ja gut. Ja, rechts ist der Jeep, rechts, 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 rechts. Merkel. Nur fährst links. Ja, ich darf ja nicht dran fahren, dass ein paar Suka schützen, die warten auf mich. Herr Jukan, steh dich besser so, dass du hier auf die Straße schießen kannst. Die spawnen auch noch in den NPC rein. Da ist einer hinterm Stein, ja genau, bei der Explosion. Aber egal, solange wir C3 haben, passt das. Hinter dem Stein. Das ist auch grad relativ gut. Da ist ein Gegner. Hinter dem Bauch. Ab ihn. Äh, der nächste mit Schraubenschlüssel, der bei mir im APC spawnt. Kurz Bescheid. Merkel, ich bin, ich hab Schraubenschlüssel. Fahr zu mir. Ich hab's gleich, hab's gleich, hab's gleich. Feint hinter mir. Äh, 50 Meter. Tüber zur Straße, Tüber. Oh, lobe. Ja, das sind zwei. Einer mit nem Guts. Irgendwo hier entgegen. Einer bei nem kleinen Haus, zwischen den Sporn. Pistole. Scheiße, scheiße, scheiße. Hau ab, hau ab, hau ab. Ich bin gehitted. Sporn, sporn, abbrechen. Sporn, abbrechen. Nee, nee, ich spawn bei dir rein und reparier dich. V-O2, V-O2. Ah, T-20, T-20, weg, hier, weg, hier. Das Spornauto? Was ist das da? Na klar, da ist da irgendwas. Wo denn? O-2. Wo da? Ich bin gleich dringend gespawnt. Ich hab was gegen den T-20, meine Stehenblätter hab ich nicht. Alles gut, man Gutsjokern oder war das noch mehr? Warte mal, ihr hört aufgenommen, das ist ja nett. Ich hab was gegen den, der hat zugemacht. Ich hab was gegen den, der hat zugemacht. Er hat zugemacht. Ich kann nix mehr machen. Fahr zu mir, Werke, fahr zu mir, fahr zu mir, fahr zu mir. Fuck. Ich hänge fest. Tricks ihn aus, ich hab was gegen ihn. Habe ihn, habe ihn, habe ihn, habe ihn. Alter, war das knapp. So, im Entstehle oder zerstören? Ich hab mich aus, man ist dabei geschossen. Ich würd'n capten. Nein, da ist doch einer drin. Boah, sauber, Alter. Jetzt capten oder zerstören. Ich brauch fixen. Ja, ja, ich repariere. Ja, ich kann nicht. Nicht zerstören. Cap das Ding. Wir haben sowas nicht, das ist voll OP. Kannst du jemanden reparieren, hat er noch vier Balken? Ja, ja, ich hab einen Verstellschlüssel. Oh Gott. Also, das 2-2-2 wird gecapt. Nein. Unlock, unlock, unlock. Ich bin 3-2-2. Oh, ich geh 2-2-2 retten, komm. 2-2-2. Ne, da sitzt schon einer drin, gut. Der Yukon hat eben eins gespawnt und rausgeschlossen. Ach so, ja, dann wiederholen am besten. Weil wenn die Gegner so ein Ding haben, ist das halt echt negativ. Einen Schützenpanzer-Merkel. Ja, kommt dann zu uns der mit 2-2-20. Mensch, verdammt, wo ist der Lutscher? Ja, der folgt uns. Gib Gas, fahr zu Merkel. Fahr hinter die Steine, dann sieht er uns nicht, dann steig ich aus. Nee, kommt auf, jetzt, hier, rechts, 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 rechts. Ja, da, geht's. Nein, da kommst du, was bist du da hin? Ich geh mit dir, nein, ich mach! Na ja, dann lass mich halt fahren. Nee, der kommt auf uns zu. Oh, scheiße, ich rutsch im Bergbau. Na gut, was? Der kommt auf uns zu, 200 Meter. Achtung, ganz direkt bei mir, direkt hinter mir, direkt hinter mir. Scheiße, ich häng ab raum, ich häng ab raum. Ja, geradeaus, 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 schieß, schieß, schieß! Clawen. Scheiße. Achso, ein C20 kommt, glaub ich. Wir haben einen APC bei C2 von jemand anderem. Oh, nice. Oh, super, oh, super. Alter. Wer so ein Ding spawnen macht, keinen Sinn. Nee. Falle aus, das ist ein Gegner, schieß. Okay, einer in C2 drinne. Rechts kommt Kran zu die Straße, neben dem Berg. Aus. Oder vielleicht, glaub ich, hinten. Ah, und schief. Ja. C20, treffbarst, hoffentlich, ne? Ja, das Teil ladet grad gern zu selbst. Ach, das packt das denn nicht wohl. Den darfst du nicht abrufen. Hab einen. Oh. Ich will dich halt nicht näher ranfahren. Drück aber lieber String, dann bist du seitlich geschützt. Wir sind krass am Snipen, links auf dem Berg von C3. Ich fahr mal mit dir weiter, ne? Wie sieht's denn in C2 aus? Äh, 2-0. Okay, wir kommen. C20. Wo? Direkt rein, ja. Rechts vom H7. Drück und rechts. Nicht schießen. Nicht schießen. Nicht schießen. Okay, hab ihn. Geradeaus ist ein Gegner, jetzt. Hinten in der Scheune merken, wo du drin bist, ist Gegner. Hab ich einen? Oh, fuck, sind das Schiel hier. Ja. So, wir kommen. Ja. Da ist noch einer außerhalb. Mine, Mine. Das ist ne Mine. Wir müssen, ey. Nur um Snipen. Guts. Gut. Haben. Fass auf, hier sind voll viele Minen. Ja, hier sind aber auch voll viele Gegner. Bei dem Guts, was da hier steht, links von C2, ist hinter dem noch, glaub ich, ein Gegner. Ja, passt auf. Nein, ich versteh nur, Kakowski. Ach, da. Liegt mal in Ruhe, kann man hier Munition sammeln. Äh, Yuka, soll ich dich rumfahren? Dann kannst du gar... Nee, 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 geht schon. Nee, nee, ich glaub, das läuft schon so. Ich hörte ja in den APC da rein zu fahren, nur ich weiß halt nicht, wo der hinfährt oder was der macht. Ich glaub, der fährt C1, wollen wir probieren? Ja, probieren wir C1 zu rushen, okay? Und greifen mit M5. Zwei Leute in C2. Ja. Ja, genau. Ja. Ja, scheiße. Ich bin jetzt bei dem Typ mal drin, wir fahren grad C1. Egal, da muss ich um C1 zu cappen. Verteilen. Sofort hier ins Haus. Irgendwo eine gute Stellung suchen. D2. 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 D3. drei leute kommen noch c2 er hat jetzt ernsthaft wieder neuen rausgeholt er verschwendet so hat die apcs ja der packt die dinge einfach bei c1 hat den einfach stehen lassen das ist ein abc fahrer gleich noch mal ein abc fahrer hol du einen aus mein gott die darfst du nicht packen ich wieder verteidigen gehen ja verteidige c3 bonk gut gemacht die hälfte haben wir ca. um von der zeit wir hier noch verteidigen müssen wir müssen halt aufpassen wir haben nicht mehr allzu viele leben das müssen wir jetzt halt noch auf ca. 10 minuten verteilen im moment noch ein medic er hat auf c3 ja zwei leute im ganzen c3 oh die werden glaube ich von nördlich von c3 ist ein schieb mit ein paar leiden ja ach komm einer ist oben im dach ja dreh auf c3 zwei leute in c3 komm noch ein dritter ganz angefahren über die straße lasst mich raus ich will abmerken was lass mich raus ich will abmerken was toll Ziemlich. Zwei Leute sind hier frei. Einer ist in der Hütte. Einer noch. Okay, C3. Nein, hier ist noch einer. PTAD hat der. Der draußen ist tot. Auch tot. Hier. Da kommt noch ein Motorrad. Hab ihn. Fett, hinter dir. Hier ist tot. Achtung, hinter dir. Die Fanaten haben dir grad den Arsch gerettet. Kommt noch ein neuer Gatsch. Ach. PTAD hinter dem Haus. Bei C3. Pass auf Merkel, da zielt einer auf dich. Einen großen Voltren unseren Spawn beschnitten. Sie können uns wieder in der Kumpflash. Keine Ruhe. Ja, ich bin auch gleich out of ammo. Ich wusste, dass ich's nicht die zwei Meter schaffe. Und? Sie sind zu drei seiner. Wo denn? Oben im Dach. Ah, ja. Ich seh's. Eine Maus hat grad voll versagt. Ja, ich geh nicht. Gut. Gut. Okay, C3 ist safe. Aber wir müssen zu zwei vor pushen. Alle die tot sind, bitte in APC. Und Merkel bringt dann C3. Ja, ich bin K3. Geh direkt mal verteidigen. Bleib mal verteidigen. Ja. Ich bin auch tot. Deck der Riff. Rechts C3. Steht direkt jetzt an der Hausmauer. Oh fuck, die haben C70. Wir werden nicht auf dem Panzer. Nicht im APC spawnen. Ja, ich seh's. Fuck. Wir holen die jetzt im Panzer her. Ja, die haben 15 Panzer spawns. Und unser APC macht auch selbst Mord. Verdammt. Boah, haben die noch Lights bekommen. Wir haben auch Lights. Ja, aber ich hab keinen Panzerfahrer-Slot. C3 nicht mehr verlieren. Einfach Defense. Volle Defense. C3 sieht soweit noch gut aus. Gleich kommt wieder der Sturm. Ich hab mal gefragt, ob jemand einen Tank hat. Und der haut schon wieder den APC raus. Mensch, Junge. Ja, der verschwendet sich so hammerhart. Der ist aber voll hunker. Lässt nicht von C3. Eine Menge was man im Falle. Und wenn der Panzer da kommt. Du kommst da wahrscheinlich bei dem durch. Aber... Ich bleib. Ich würde mich da noch ein bisschen weiter nach oben zurückziehen. Pass auf. Ganz, äh... Westen. Ja. Da am Westen sind ganz schön viele Russen. Oh, ich seh ihn. Mal gelockt. Links neben dir, Hundi. Ja, T-70 hält den C3 rein. Achtung. T-70? Ich hab was für ihn fandste. Ja. Kann ich nur von den U-Button. T-20 kommt zu C3. Auf der Straße. Ja, das sieht hier C2. Redi, er ist gleich auf deiner Höhe. Ja, ja, ja. Ich muss ihn gerade zurückziehen. Das ist einer mit der Deckerriff am Baum. Pat, komm zu dir. Ah, jo, ich hör ihn. Ja. Also, ich hab Sniperon nicht mehr genau sein. Wo kann ich den Easy holen? Komplett. Nächster. Der muss sitzen. Gönnt, T-70. Ah, ja. Good job. Achtung, T-70 steht zwar C3. Der hat er tot. Einmal getroffen mit Panzerfaust. Ich markier mal. Nee, das war zu weit. Der ist, glaub ich, schon hoch, ne? Der steht da direkt, wo ich Sammeln hab. Ja. Ja. Ich hab den einmal mit Panzerfaust getroffen. Ja. Ich hab Panzerfaust ihn lang dabei. Ja, ran. Oh, down. Ist auch nochmal. Der zieht sich zurück. Ah! Moment, links. Alles noch. Siehst du ihn? Ah, misst an ihn. T-70 zieht sich zurück. Fährt nach Westen, glaub ich. Nee, fährt doch nicht. Aber Yukon, zu dir kommt noch ein Gegner. Ah, ja. T-70 fokuss dich jetzt. Pass auf. T-70 fokuss dich. Er zieht dich von da oben. Ah, es geht ihm um. Du fährst ihn direkt in die Arme. Oh, Gott. Die alle Heavis jetzt haben. Oh Gott. Ah, ich bin auf dem. T-70 östlich von. T-3. A-PC fährt zu T-C-3 runter. Ja. Immer geht es. Yukon kommt zu dir. Beklauter APC wurde gehittet. T-20, gehen wir an der selben Stelle, wo der APC ist. Das ist der NPC, der bei oben ist der bei uns eingeladen, oh nice, NPC down. Super. Ach shit. D20 jetzt auch vor C3. Fett, Panzerfaust. D20 ist rausgeschossen. D20 ist rausgeschossen. Ja, ist down, ich bin auch down. Der Typ hat keine Killkammern, ne? Aha, der Panzerfahrer schießt total hier auf unseren Sporn. Ja, Jukan, kannst du den? Ja genau, schieß auf den. Die dominieren die schon irgendwie? Keine Idee. Ja, die machen grad keinen Push, wahrscheinlich weil sie keine NPCs haben. Die spielen auf Zeit und auf Leben. Ja, die haben keine NPCs. Die können ja nicht auf Zeit spielen. Ja, die können aber unsere Leben ziehen, die haben viel mehr Leben als hier. Was ist denn? Ich bin doch unbedingt Medik. Direkt am Ausgang C3 Süden, am Maueranfang ist ein Sniper. Und ein T20 kommt auf der Straße von C2 zu C3. Gut, ich hab ne Panzerfaust dabei. Ja, C20 ist jetzt direkt vor C3 in Stellung. Äh, Granaten. Äh, Jukan, weiter rechts. Das ist von dir. 50 Meter, komm. Im Wald. Der 20 steht da noch. Aber ich glaub, da sind noch mehr. Halt mal deine Augen offen. Immer noch ein T20. Der 20 nähert sich C3. Ist jetzt kurz vorm Eingang. Ich hab was dabei. Jo, ich seh's. Der ist aber links da vorbei gefahren. Ja. Wiiiiiii. Wuuu. Gott, das kann ich nicht. Kann ich schlecht sehen. Ja. Er kommt, er kommt, er kommt. Das wird bei C3 mehr und unten. Okay. C20 ist da unten. Ich hab einen. Oh, ist der geht. Hinter dem Baum ist da auch ein Gegner. Ah ne, der klebt nicht weg Friedi, Guts bei dir, Smeider Guts bei dir Oh Gott, ist der Guts zu? Ja, ich bin nachlautend, danke Kannst haben wir selber nicht Ne, leider nicht, beim 6er-Sport geht das nicht Ja, ja, ich weiß Wollen wir mal so versuchen Guts kommt aus Süden zu dir, Volksarmee Ja Jetzt da G70 aus Süden, 100 Meter von C3 entfernt Handy hinter dir, Platz Mein Land ist dann G70 down Hab ne AVS, will jemand ne AVS? Braucht keiner Sniper an dieser Position Der ist tot Ah, nice Ah, man hat... Ah, ist das hinten APC fährt Osten, auf den Hügel, wenn ihr euch sammeln habt, fährt der lang, Achtung. Die haben APCs bekommen. Ja, die haben APCs bekommen, die werden wahrscheinlich nicht waschen, die fahren da jetzt ganz außen lang. Och Gott, die haben Passerfahrung, die habe ich gesagt. Juh, da sind drei Leute drauf. Ah, nice. Oh, da haben sie schmieden. Entschuldigung. Ich bin tot. Sniper, aber ich bin gleich neben dem Platz fett. Gib die Angabe genauer, ich habe auch einen Karg, ich kann auch was gegen den tun. Ja, der C20 ist jetzt vor C3. Der 20 Süden bei Volksarmee. Kommt auf C3 gefahren über die Straße. Ja. Eine Panzerfaust wurde getroffen. Ich glaube, der ist ausgestiegen. Ja, der ist ausgestiegen. Ich glaube, ich staunen. Ja, der scheint weg. Ja, nice. Ja, ist tot. Ja, da ist noch jemand drin. Gats kommt wieder zu dir, Volk. Komm mal mit dem T20 durch den. Rechts von außen. Ist nicht nah. Ja, Gats fällt wieder auf dem Berg. Los, Sniperkiller. Ja. Oh Gott. Deck der Riff hinter uns. Irgendwo im Wald. Bei uns auf dem Spawn. Nein, sieht uns, sieht uns, sieht uns, sieht uns. Irgendwo bei unserem Spawn muss einer mit einer Deck der Riff sind. Ja, rechts von unserem Spawn. Kommt rein. Ja. Westlich. Ja. Ja. Ja, hier wo wir gerade sind. Da haben die. Ja, ja. Ich habe ihn. Er wurde auch markiert. Ich weiß noch nicht, wo er da ist. Ich weiß noch nicht, wo er da ist. Ich weiß noch nicht, wo er da ist. Ich bin noch ein zweiter reingelaufen. Ich weiß nicht. Ich weiß nicht. Hinter mir. Scheiße. C3. Achtung, T-70 fährt wieder C3. Von Norden. Steht jetzt da an der Mauer. Direkt vor der Straße. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Panzer ist tot. Aber passt auf hier. Westlich von C3 ist alles voller Gegner. Jo. C-70 fährt. Ich glaube, die haben da auf dem APC oder irgendwas stehen. Oder irgendwas muss da rumfahren. Und viele wie die sind, müssen hier da was fahren. Ja. Irgendwas muss da sein. Ja. Da fährt ein APC. Westlich C3. Westlich von Uni. Ich bin gerade geziehtagd. Ich habe keine harte. Oh. Ich sehs. Ich sehs. Ich sehs. Oh Gott. Ich wurde betötet. Ja. Das sind ziemlich viele. Die sind alle bei den Steinen. Also bei jedem Stein genau gucken. Die verstecken sich auch hinter Bäumen oder in Büschen. Mp3. Vier zons. Ach, das ist queer. Scheisse, scheisse, scheisse. Wer hat zwei Gegner rein. Nicht hinlaufen, Fett. Ach Gott. Wer sind viele Granaten? Okay, ich habe beide. Noch einer. Zwei. Zipzig kommst sonst. Ah, das kommt auch noch rein. Wir hatten meine MP40, ist jetzt im Haus C3. T70 kommt Osten C3. Bei Lapis ist er jetzt auf der Höhe. Ja, er steht zuerst auf. Ok, ich finde schon Sekundenmaus. Ja, noch ist er nicht down. Er kriegt es gerade nicht hin. Panzerfahrer ist ausgestiegen. Ok, er hat den. Also T70 ist nicht down. Panzerfahrer lebt noch. Ich kann den Ding zerstören. Oh. Zerstören. Leute, wir haben es geschafft. Panzerfahrer ist zerstören. Gott, wie ziel ich denn? Panzerfahrer. Der APC ist kaputt. Oh, schöner Kampf. Oh, die sind alle links auf dem Berg. Der APC ist nicht rechts. Ich bin aber aufgereiht. Ich bin aber aufgereiht. Ich bin aber aufgereiht. Ich bin aber aufgereiht. Ja, KGB kann gegen uns auf den Time-Fox. Wir haben keine Chance. Stop, boys. Ich bin aber aufgereiht. 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 Ich bin aber aufgereiht.